Als Unternehmer ist es für Sie unverzichtbar, dass Ihre Rechnungen schnell und fehlerfrei gebucht werden. In diesem Video erfahren Sie, wie Sie das realisieren können und darüber hinaus Ihre ganze Buchführung optimieren. Durch digitales Beleg buchen. Das heißt konkret, Sie können Ihre digitalisierten Papierbelege direkt im Programm DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen anzeigen lassen und buchen. Und darüber hinaus werden Sie sogar durch automatische Buchungsvorschläge unterstützt. Dazu benötigen Sie nur noch DATEV Unternehmen online. Digitales Beleg buchen bringt Ihnen jede Menge Vorteile. Ihr Aufwand für die Erfassung verringert sich spürbar. Ihre Buchführung gewinnt an Aussagekraft, weil alle Belege direkt mit dem Buchungssatz verknüpft sind. Langes Suchen der Belege gehört der Vergangenheit an. Ihre Belege sind revisionssicher archiviert. In der DATEV Cloud. Alles wird einfacher. Auch in der Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater. Denn er kann jederzeit auf die zentral abgelegten Belege zugreifen. Aufwendiges Austauschen von Pendelordnern entfällt. Und so geht's. Im ersten Schritt digitalisieren Sie Ihre Belege und Rechnungen, die Ihnen in Papierform vorliegen. Diese und Ihre bereits digitalen Ein- und Ausgangsrechnungen laden Sie in die zertifizierte Cloud-Lösung DATEV Unternehmen online hoch und dort in die Komponente Belege online. Hier werden alle Belege archiviert. Nun buchen Sie die digitalen Belege im Rechnungswesenprogramm. Klicken Sie hierfür im Fenster Belege buchen auf den Link Digitale Belege buchen unterhalb der Buchungszeile. Sie erhalten ein Vorschaubild des zu buchenden Belegs. Den digitalen Beleg selbst sehen Sie in einem separaten Fenster. Durch eine OCR-Erkennung in DATEV Unternehmen online werden die buchungsrelevanten Daten aus den digitalen Belegen gelesen und automatische Buchungsvorschläge erzeugt. Sie vervollständigen Ihre Buchungssätze, speichern diese und schon sind Sie fertig. Übrigens, Sie können auch Ihre elektronischen Bank- und Paypal-Kontoumsätze automatisiert buchen. So wird Ihre Buchführung noch effizienter. Sie wollen mehr über optimierte Buchführung erfahren? Dann informieren Sie sich in unserem DATEV Hilfe-Center. Hat Ihnen das Video gefallen? Geben Sie uns Ihr Feedback. Klicken Sie dazu einfach auf den Link.